heute sind wir mit meinem bruder hier hier das ist mein bruder kleine spasti das ist die plästischen vier vom kumpel und jetzt zeigen wir euch mal einen kumpel der trainiert ein bisschen der ist noch ganz besoffen von gestern abend das ist meine alte bude hier mit dem schönen motiv natürlich warte mal ich kann euch noch was zeigen was er noch hat extra machen lassen weil er arbeitet nachts sehr häufig ja genau das sieht man ja jetzt auch ne ja heute noch mal an hier ja ein technik die gehörte wieso geht nicht an das ist ein arbeitslicht das ist ein arbeitslicht rot wie das könnt ihr am besten sehen das ist dann wenn du nach draußen guckst hier wenn ihr nach draußen guckt dann sehen die leute ja er ist gerade an arbeiten und ihr könnt euch unten bei seiner klinge natürlich anmelden die werde ich natürlich nicht nennen so ein kleines raum hier und seine flagge natürlich von wismar ja so okay das reicht jetzt langsam jetzt sieht ein bisschen leicht genervt aus das werde ich natürlich jetzt alles bei youtube hochstellen damit jetzt alles sehen kann er trainiert auch aber er ist total schwach okay das war's für heute montag gibt es wieder videos genau ja und grüß mal ja tschüss tschüss